Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rainbow Six Siege mit den alten Jungens. Genau, den echten Profis. Mit den echten Profis, wir haben bisher zwei Runden verloren, ist ein bisschen traurig. Aber man muss den Leuten ja auch mal was gönnen, ne? Jo. So, was nehmen wir denn heute? Was ist das diesmal? Du bist der Allerletzte. Aber irgendwie wechselt das die ganze Zeit nur zwischen drei Maps. Ja, naja. So, jetzt hab ich aber wieder Doc. Schon wieder Doc durch Spiele spielen? Ja, mit meinen krassen Handschuhen. Oh ja. Geil. Kannst du Kühel wieder inspizieren. Ja, dich, guck dich doch mal an, Bulle. Ich bin der Bulle von Tölz. Ja, so sieht so aus. Take it best. Oh ja, Flo, ist doch in Ordnung. Es ist schlimmer als Tobi. Ich meckere wenigstens nicht. Meckere. Hier ist noch die ganze Seite zu verstärken. Wie soll man das alles machen? Nee, in dem jeder mal hier was gegenklatscht. Ey, hab schon alle meine Verbrauchung. Alle meine Freunde. Yeah. Hat jeder von euch ne Weste? Ja, ich hab eine. Ja, wählen wir bestimmt gleich in die. In der gleichen 10 Sekunden. Meine giftigen Kleinkärchen. Meine giftigen Kleinkärchen. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Nix da. Raus hier. Ja, ich hab nicht mein Schild hingestellt. Piss dich! Hey, Flo, hör mal. Bist du den Armwaxen immer so anzuschreien? Bist ja nicht alle da drinnen rumrennen, oder? Außerdem ist da Giftgas. Schau dir mal weg, ich will ein Loch reinhauen nicht, dass ich nicht schlaue. Taro, dann wählt ihr eine Position, die nicht hier gehört. Was machst du da? Durchgucken können. Moment, ich will auch eins. Wie magst ich meine Hände durchschnurren? Okay, jetzt Konzentration, Jungs. Ja, aber echt. Ich hab nicht geschossen. Ich hab mich konzentriert. Das war deine Heilpistole. Erstmal verschießen. Hä, das war mein Revolver. Ich bin erstaunt, dass ich dir eine Weste genommen habe. Oh, die sind oben. Über uns, ich bin down. Ich wurde gefused. Ich bin, lieg am Boden. Komm, jetzt komm raus. Die sind oben. Komm, raus aus dem Ding jetzt, los. Geht nicht. Wir werden grad von allen Seiten attackiert. Jetzt spreng sie sich durch. Drei, zwei, eins. Ja, ich warte einfach, dass du hier reinspringst. Dann nimmt Philipp einmal nicht Jäger, wa? Ja, ein schönes Eis am Arsch. Oh, da oben hockt er noch. Zwei hocken oben. Einer ist da, aber markiert. In dem Gang da. Das ist ein Gang, ne? Hm. Jetzt, okay, meine Kamera war am Arsch. Ist er immer noch da? Meine Kamera hat er weggeschossen. Na! Also, er ist nicht links von dir in dem Gang. Und unter euch ist auch keiner. Ey, komm, es leben nur noch drei. Das weißt ihr. Zeigen drei. Also, er hat jetzt die Treppe im Blick, der andere Flo. Ja, nicht nur die Treppe. Der guckt aufs Loch auch so ein bisschen. Ja, der muss aufs Loch gucken. Es gibt zwei Eingänge hier, na, schöne Scheiße. Ah, der kommt in die Treppe, erinnert. Er hat auch noch zwei Leben, der Kunde. Es ist so still. Ach, die werden ihn gleich töten. Er wird dann keinen mehr Tod kriegen mit seinen zwei Leben. Die brauchen ihn ja nur zufällig mal etwas in den großen Ziel schießen. Ich weiß nicht, wenn ich zufällig komme. Oh Gott. Die haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingeführt. Die Nieder von der Sicherung, die Behälter zu abhauen. Die haben genau gleichzeitig zugegriffen. Ach, scheißen Dreck. Ich hab einen Ping von 110. Was ist denn das gerade? Naja, eine Runde verloren. Das ist doch nicht so schön. Wir müssen jetzt mal wieder was gewinnen hier. Ja, naja. Ja, dann nehme ich doch glatt mal einen Fuse. Der hat mich ja auch gerade so eingeheizt. Der letzte. Die haben genau gleichzeitig, sonst hätte ich es vielleicht geschafft. Ja, ja. Shit, hab ich Fuse auch irgendwie voll lange gebraucht. Wie der mich weggefused hat, ey. Genau über mir macht er den Scheiß, oder was? Er ist auch unglücklich gewesen. Das war genau über mir, und das hat den vollen Sinn. Ach, die sind überbomb,bomb,bomb. Gerade, wo ich das habe, wo sie beide weggesprengt wurde. Und wenn ich rausgelegte, die mir einfach weggeballert. Scheiß jetzt auch, doch ich nicht, dass da alles ungeflogen ist. Jäger ist wichtig, habe ich festgestellt. Okay, die müssten oben sein, hier. Gute Arbeit. Da sind sie gerade zweimal in den Höhepern. Mann, ich finde keinen Weg hier. Hi, Flo. Weißt du, wie es hier nach unten geht? Okay, zwei Scheinern, die sind anzusichern, diese Halle. Da, wo Bugs gerade drin ist. Mach hier sie nicht. Versteck dich irgendwo. Noch brauchen wir nicht wissen. Alter, du punktegieriges Stück. Was denn? So, ich bleib hier so stehen. Nein, der Zustandort des Biogefahrs. Ich hoffe, der ist doch auf Sofa gesprungen. Schön nach der Kamera gucken, die irgendwo rumhängen muss. Jede Spawnseite hat eigene Kamera. Ich sehe hier keine. Gehe ich auch nicht. Geht einer von mir unten lang? Geht das hier nicht? Ja, aber ist dann ganz unten. Ach, hier kann man. Mittelretage zum Beispiel. Okay. Nee. Nein, gut, geh mal hier hoch. Ach, nee, die waren noch eins unter uns. Oh, nein. Ach, hier kann man rein. Mensch, das ist doch doof. Nein, ich will nach unten, Mann. Die Ersten von uns sterben schon wieder. Nee, haben einen getötet. Willst du von uns? Ist hier noch eins unter uns, Max? Noch eins unter? Ah, nein, ich glaube ja. Auf geht's, Freunde. Kann ich hier durch? Nö, das ist natürlich unzerstörbar, klaro. Hinter mir. Das ist der Anfalle, Max. Muss auch fallen. Wo? Vor der Treppe liegt hier. Hier kannst du vielleicht durch, oder? Da unten sitzt einer, ey. Warum guckt der denn genau die Treppe hoch? Ich hab der auch noch so weit runter geschossen. Spezielle Ladung. Abstand halten. Ey, ich verkack grad mir. Mann, das ist doch scheiße. Alter, komm. Das ist... Wir haben einen Smoke dabei. Der macht alle Kameras irgendwie. Ach, nee, Quatsch. Wir sind Angreifer. Nur noch am Verkacken. Den. Ist doch auf dem Sofa. Alleine war es wieder als Schildtyp. Echt zu blöd. Toll. Wer hat er da langkriegt? Hilfe! Hilfe! Weg da! Oh, da komm ich hier gar nicht rein. Da ist nur noch einer. Hab auch irgendwo ein Loch aufgesprengt schon, also. Aber du bist ja eh auf der richtigen Itale. Parkier einfach. Oder du blendest ihn zu Tode. Huuuuh! Hast du den Bus erstmal nah genug ran, um ihn zu blenden? Nice. Du hast den Blitz in deinem Schild drin, oder wie ist das? Ja. Jo. Achso. Schicke Sache. Wieso, Max? Wollen wir jetzt auch mal was reißen? Huuuuh! Wir sind nur mega. Mach dir jetzt auch mal was. Will und ich sind die einzigen, die bisher Leute getötet haben. Mann, ja, da war die scheiß Bärenfalle und die wollte ich wegmachen. Dann stand da unten aber jemand, ach, ich hätte mehr gucken sollen und weniger Falle gucken. Also, ne? Weniger in die Falle gucken. Ja. Ich hab voll Nackenschmerz. Mehr Treppe gucken. Ich brauch ein Kirschkissen. Kirschkernkissen. Kirschkernkissen. Nee, ich hätte gerne nur Kirschen. Ja, ja. Take a rest! Oh, ich kann's nicht mehr hören. Verzeihung, die Leute vergessen das immer. Ja, wenn du mich jetzt wieder wegfühst, ich sag dir, ich stelle so'n Ding genau neben meine Ecke, hab ich mich in Ordnung. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahr. Dieser Fotze... Ähm, ähm, diese Sau! Unheil! Take a rest, please! Achso, da war noch was. Wo hast du die Westen hingeschmissen? Naja, da, wo wir gespawnt sind vielleicht. Ach, da, wo wir gespawnt sind, vielleicht. Hör sich nicht. Bäh. Denk nicht mal dran! Verpiss dich! Geh weg! Ich mach jetzt den scheiß Schüttel! Oh, geht der mir auf den Sink! Jetzt komm wieder nicht mehr so lang. Please, kick meine... Du sollst dich hier! Kusch dich! Ey, wenn jetzt hier jemand mich wegfühst, ich sag's dir. Ich sitz genau neben meiner Bombenabwehr. Who did not take a rest? Who? Real. Real hat die Weste nicht genommen. So. Willst du dich da wirklich hinsetzen, Philipp? Ne, du hast dich an meiner Ecke gehockt. Ja, weil ich nicht unbedingt in den Giftgau setzen wollte. Die Fusen runter? Bei mir, glaube ich, ist das. Der anderen Seite, ja, ja. Soll ich jetzt... Bei Philipp oder so? Okay, mein... aktives Verteidigungsabwehrsystem hat eins weggehauen. Lol. Wo ist meine... Nein! Alter! Alter! Wurde beschossen. Gieß mit mir rein. Ich glaube, ich bin am Ende des Ganges. Ist ja toll. Lock auf! Oh, ich bin fast down! Guck mal, ich bin da rein, Max. Also meine Wand kann ich kaum noch benutzen, die ist sowas voll zerschossen. Ja, ja, ich ziehe schon auf die Treppe. Das war hart. What's fuck? Wo? Treppe. Der liegt oben. An so einer Ecke, dass du ihn kaum siehst. Und der hat gerade mal meine Schulter gesehen. Och Mann, die Runde ist doch scheiße. Richtig scheiße. Oh, da ist einer. Den habe ich mir genommen. Die kommt jetzt hinten. Also ist da mein Schild vorbei? Immer wenn er rüberspringt über ein Schild. Jetzt kommt am Schild eine Drohne gleich rein. Steht vorne am Schild die Drohne. Ja, die kommt ja nicht vorbei, oder? Kann da eine Seite lang. EMP! Da ist die Olli wieder beim Schild. Und auf der Treppe. Bei mir! Ja, ja. Nicht auf der Treppe, meine ich. Oh, ich kenne den ganzen Orte. Die ist auf der anderen. Ja. Sehr gut. Komm, einen habt da noch, Freunde. Ich bin fast tot. Nächste Runde, nächste Runde mach ich auch was. Versprochen. Los, komm doch. Jetzt kommen sie. Hinter mir. Und sie ist aufgesprengt. Das ist der letzte. Bleib mal da. Ist sicher die Seite, Max. Kannst wieder in der Raum gucken. Mach da doch die ganze Zeit. Der guckt da. Der steht hier. Bei mir auf der Seite wahrscheinlich noch. Ich sehe da keinen. Nein. Ich habe hier übergelegt. Der kommt, Treppe hoch. Genau hinter dir. Also, äh, äh, durch. Links, 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 links. Genau. Dann habe ich doch, wollte ich doch gerade reingucken. Das hast du doch eigentlich nicht gesehen. Du hast ein bisschen verwirrt. Der hat die ganze Zeit in deine Ecke reingekommen. Ich weiß doch nicht, wo er hinguckt. Ich konnte nur noch sagen, von wo er hinguckt. Weiß ich doch nicht. Hört mal doch. Nein, woher denn? Er ist ja explodiert. Ey. Macht mir jetzt hier nicht Stress. Okay. Jetzt siehst du auch, wo ich gestorben bin. Wir haben einander vorbeigedreht. Ey, er sitzt doch gar nicht in der Ecke. Er kann doch gar nicht da reingucken. Wie will er das sehen? Oh, das war jetzt blöd. Wir haben es fast geschafft. Aber ich war fast tot. Dann kam er mit mir die Treppe hoch und guckt ihn nämlich genau an. Ich habe aber nicht geahnt, dass die da die Treppe runtergegangen ist. Wo es jeweils in die Richtung gelaufen ist. Ich will was machen. Jetzt die Runde. Ja, wir sollten das gewinnen. Das müssen wir schaffen. Ach, toll. Wir können es ja auch eigentlich schaffen. Wenn ich gerade nicht so kacke wäre, zum Beispiel. Dann hätte ich ja schon einen mehr, der mitmacht. Okay, die sind bei meiner Etage hier. Ich weiß nicht, welche das ist. Da haben wir noch so eine Anzeige, wo man gerade ist. Hier hat sich ein Puls versteckt, wo ich gerade markiert habe. Oh, wenn ich jetzt noch die Treppe... Ach, hier ist die Treppe. Das stimmt, da war ja was. Ja. Und da ist eine Wand, wo sich der Puls versteckt hat. Ich hoffe, die merke ich mir. Weiter zum Standort des Biokar-Gutbehälters. Wir können vorrücken. Ich sag mal, zwei Schüttüten. Dann werde ich da mal jetzt rein fusten. Der geht wieder unten lang. Na komm. Okay, der andere geht mit dir schon mit. Gehe ich mit Philipp Omer. Kamera, die haben wir auch gemacht, oder? Ja, die hat mich aber auch schon entdeckt. Das ist scheiße, wenn man nicht weiß, wo die Kameras sind. Jetzt sind zwei Schüttüten hier unterwegs. Wie dumm ist das denn? Und der Schüttüpp stellt sich direkt vor mir. Ich habe keine Munition mehr. Fuck. Hast du Firmide, Max? Der hat eine Bombe zu mir gerufen. Smoke ist fast tot. Oh, die Pistole hat zu wenig Munition für beide gehauen. Bist du hier, Philipp? Die fassen so, dass ich sie mit einem Sturm hier der Peile hätte töten können. Warte, 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 warte. Achso, das. Und? Warte, wir verwirren sie erst hart. Ich habe eine Flasher geborgen. Hä? Warum habe ich keinen Quilbekorb? Entschuldigung. Ich habe einen Assisten. Das ist doch 20. Da unten sitzt man. Jetzt ist Real, glaube ich, auch noch in eine Falle getreten worden. Oh Gott. Max hat mich gek... Ich habe was gehittet da unten. Ich wechsle das Magazin. 2 gegen 3. Dann dran. Also in dem Raum, da sind in einer Wand Löcher, da haut Puls hinter. Das kann nicht sein. Dann treffe ich das Loch nicht, oder was? Du willst mich doch wohl verarschen. Bei mir ist Puls. Bei mir ist Puls. Max, wer kommt auf mich zu? Hinter dir. Wer ist hinter dir? Wo ist der? Der stand da nicht. Hinter mir war nichts. Ich habe doch auf das Loch gezielt. Du hast dich in dem Moment weggedreht. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe genau geguckt, wo du hinguckst und sagen hinter dir. Ja, dann habe ich mich umgekehrt. Dass du dich dauerhaft im Kreis drehst, kann ich ja nicht ahnen. Weil einer ständig hinter dir, hinter dir, hinter dir schreit. Ja. Ja gut, kann man nichts machen. Jetzt hören wir auf, hier die Schuld durch die Gegend zu schieben. Wir waren scheiße. Fertig. Nö, ich war gut. Ich habe fünf. Max und ich waren scheiße. Fertig. Ich war scheiße. Aber ich habe einen. Das ist aber noch besser als der anderen. Ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Toll. Ciao. 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 Hallo. Hier finns ein. Untertitelung des ZDF, 2020